Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Mein Name ist Sandra Gensicke, heute vom Markusplatz in Venedig. Es ist noch früher Morgen, ich glaube es sind gerade 7 Uhr. Es ist hier noch nicht voller Menschen, voller Touristen. Der Platz ist noch ziemlich leer, angenehm. Hier in Venedig konnte ich den Wohlfühlanker ganz oft aufladen. Kommen wir zu dem heutigen Thema. Ja, Angst vor der Angst. Kürzlich hat eine Klientin dies in der Sitzung gesagt. Jeder Betroffene von Ihnen weiß ganz genau, was ich damit meine und wie es sich anfühlt. Dieser Drang, körperliche und psychische Symptome der Angst zu vermeiden. Angst und Panikstörungen sind sehr häufig und unter diesem Begriff sind viele Erkrankungen zusammengefasst. Diese vielen Erkrankungen haben eins gemeinsam. Starke, überwältigende Angst, obwohl keine akute Gefahr oder Bedrohung besteht. Was ist denn jetzt eigentlich Angst? Angst kennen Sie alle. Angst erfahren wir schon im Kindesalter. Vielleicht sind Sie mal auf einen Baum gestiegen und als es wieder runterging, war der letzte Ast ziemlich hoch und Sie hatten Angstsymptome. Ich habe zum Beispiel Angst auf der Landstraße, wenn vor mir jemand überholt und zu lange auf der Spur bleibt und er kommt mir entgegen und ich denke, oh Himmel, Herrgott, was ist, wenn er jetzt es nicht schafft? Auch das ist Angst. Bei Angst und Panikstörungen ist das Problem, dass diese Angst überwältigend werden kann. Und dann wird sie auch eingreifen in das Leben. Die Lebensqualität sinkt. Die Beziehungen verändern sich zu den Menschen. Die Menschen leiden. Das ist der Unterschied zu der Angst. Die Realangst, die wir alle schon mal empfunden haben, müssen wir öfter mal biedeln vor der Prüfung oder wir fangen an zu zittern, wir spannen uns an, die Herzfrequenz steigt. Bei den Angst- und Panikstörungen kommt noch hinzu, dass die Angst so stark wird, dass sie ein Ohnmachtsgefühl haben. Manchmal sogar Todesangst. Die Atemfrequenz steigt hoch, dass sie keine Luft bekommen. Und diese starke Angst zu empfinden, bedeutet, dass sie wieder Angst haben, diese Symptome zu haben. Das bedeutet, sie haben Angst vor der Angst. Bei den Angst- und Panikstörungen unterscheiden wir einmal die Objekt- und Situationsabhängigen und die anderen die Unabhängigen. Was bedeutet das? Wenn Sie Angst vor einer Spinne haben, wissen Sie ganz genau, Sie haben Angst vor einer Spinne. Und diese Symptome erwarten Sie, wenn Sie eine Spinne sehen. Natürlich vermeiden Sie dieses. Es gibt aber auch Ängste, bei denen Sie nicht genau den Auslöser wissen. Diese Ängste kommen unerwartet, plötzlich, aus dem Nichts heraus. Sie sind überwältigend und Sie kennen die Situation nicht. Das führt dazu, dass Sie jegliche Verbindungen dahin vermeiden wollen. Sie sind wachsam. Immer mit dem Gedanken der Sicherheit, die Angst vermeiden und hundertprozentige Sicherheit haben. In diesen Fällen entstehen oftmals Angstgedanken. In der Angst. Was passiert mit mir? Oh Gott, ich kann jetzt nichts dagegen tun. Und diese Gedanken schüren wieder die Ängste. In der nächsten Situation haben Sie wieder solche Ängste. Was passiert heute? Kommt diese Angst wieder? Diese Gedanken, wie Sie aus dem ABC-Protokoll schon wissen, wenn Sie es noch nicht angehört haben, schauen Sie mal im Video vorbei. Sie haben einen Auslöser. Sie haben Gedanken und die wiederum triggern Gefühle. Das bedeutet mit dem Gedanken, was kann jetzt wieder passieren? Entsteht ein Gefühl der Angst. Und somit entsteht der Angstkreislauf. Sie haben den Gedanken, was könnte schon wieder passieren? Daraus ergibt sich ein Gefühl. Die Herzfrequenz steigt und die Atemfrequenz steigt. Sie bekommen also Angst. Diese Angst, die gerade hervorsteigt, löst wieder Angstgefühle aus. Oh Gott, ich komme aus dieser Situation nicht raus. Was passiert gerade? Was soll ich jetzt tun? Und diese Gefühle, die wiederum lösen wieder Ängste aus. Das heißt, es ist ein Angstkreislauf, aus dem Sie wieder ausbrechen müssen. Warum? Weil die Lebensqualität von Ihnen sinkt. Betroffene, die nicht in die Menschenmengen gehen können, die bleiben zu Hause. Oder sie haben Angst vor Krankheiten und gehen ständig zum Arzt. Also die Lebensqualität sinkt. Ihre Leistungsfähigkeit sinkt. Die Konzentration sinkt. Die Beziehung zu Ihrem Partner verändert sich. Ängste verändern Ihr Leben. Und Sie müssen aus diesem Angstkreislauf wieder heraus. Und da haben Sie die beste Möglichkeit anzusetzen. Zuallererst bei der Angst. Weil die ist so prägnant und überwältigend. Und ich denke, die möchten Sie zuerst angehen. Warum? Weil Sie möchten Sicherheit. Ihr Troll möchte hundertprozentige Sicherheit. Und Sie möchten auch gerne aus der Angst raus. Ihre Strategie wird heute sein, vermeiden. Bloß nicht mit der Angst zu tun haben. Das heißt, Sie haben für sich auch ein Muster gebildet, was Sie tun. Das ist erfolgreich. Aber Ihr Leben verändert sich. Andere Strategien dazu, Ihr Lebensqualität zu erhalten und aus der Angst raus zu kommen. Dafür ist die Verhaltenstherapie prädestiniert. Warum? Weil sie stark und gut erforscht ist. Und sie ist das Mittel bei Angst- und Panikstörungen. Für den neuen Weg. Also legen wir erst mal los. Das Erste. Sie stecken mitten in der Angst. Was tun Sie? Am besten ist hier die effektive, schnelle und wirksame X-Prozess-Methode. Das heißt, das Loslassen, die Musterunterbrechung, das Klopfen und das Positive sorgen dafür, dass Sie schnell und wirksam die Angst loslassen. Dazu müssen Sie ein bisschen üben. Das ist klar. Das hier gibt es im Blog ein Video zur X-Prozess-Methode. Anschauen, mitmachen, ausdrucken und üben, üben, üben. Für den Anfang wird es nicht gleich zu 100% funktionieren, aber einfach dranbleiben. Kommen Sie aus der momentanen, wirklich starken, überwältigenden Angst raus. Je länger Sie das üben, so eher fühlen Sie die Angst und sofort geht es los mit dem Klopfen. Ich lasse diese Angst los und gehen, ich lasse sie gehen, ich lasse sie gehen. Das ganze Programm mit Wohlfühlanker, Friede und Danke. Wenn Sie dann in einem Zustand sind, dass Sie wirklich wieder nachdenken können, wäre jetzt das Angsttagebuch gegeben. Beim Angsttagebuch haben Sie die Möglichkeit zu schauen, was steckt hinter Ihren Gefühlen der Angst. Nicht jedem ist das klar. Der eine hat Angst vor der Spinne. Das kann er definieren. Bei dem anderen weiß er das nicht ungefähr. Mal die Angst, mal die Angst. Um das wirklich herauszubekommen, führen Sie ein Angsttagebuch. Sie schreiben auf, was für Auslöser es gab. Sie schauen, welche Gedanken Sie haben. Und auch, was sind die Konsequenzen. Welche Gefühle, welches Verhalten, wie haben Sie sich im Körper gefühlt. Und jetzt ist dann auch die Frage zu überlegen, ist das, was ich gerade mache, auch das Richtige. Wenn Sie Ihre Gedanken herausgefiltert haben, gehen wir zum nächsten Schritt. Byron Katie the Work. Hier hinterfragen Sie Ihre Gedanken, die Sie herausgefiltert haben aus dem Angsttagebuch. Sind die Gedanken wahr? Tun Sie mir gut? Was wäre besser daran? Und zum Schluss ist es wichtig. Angst macht Stress. Sie wollen Stress vermeiden. Der Stresslevel muss wieder ein Stückchen runter. Also Entspannung. Schauen Sie nach, es sind schon einige Videos der Entspannung da. So, jetzt haben Sie ganz viel über Angststörungen erfahren. Auch wie die Angst Angst macht. Die ganze Theorie. Sie können es nochmal nachlesen. Doch was nützt es Ihnen? Sie müssen in die Praxis. Sie haben Autofahren auch nicht gelernt. Einfach nur von den Theoriestunden. Sie brauchten Praxisstunden. Also, auf geht's. Üben, üben, üben. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Schreiben Sie einen Kommentar, damit wir einfach ins Gespräch kommen. Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie an. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem neuen Weg. Sie schaffen das. Ihre Sandra Genticke.